Guten Morgen, mein Name ist Dieter Wegel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Median Service und habe eine neue Übung von Vitamin Grün und Du, Deine Beste Medizin. Heute geht es um die Bewegung im Kopf, also man muss ja nicht gleich Teller drehen, aber es ist eine tolle Brain Gym Übung, die Nervenzellen mit Deinem Gedächtnis verknüpft und Deine Gehirnleistung steigert. Einen schönen Tag und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Vielen Dank.